Wie lange wird es denn noch dauern? Deine Tochter ist am Apparat. Wir lassen die Verschlüsselung laufen. Verdammter Mist! Was ist los, Grim? Die Daten, die du von der Ölplattform besorgt hast. Die Georgier können ohne einen Helfer in den Reihen der CIA unmöglich so viel wissen. Fischer, du kannst! Vater? Sarah! Hi! Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Du wolltest doch letzte Woche anrufen. Ist das dazwischen gekommen? Tut mir leid. Ist schon gut. Warst du in Georgien? Schatz, du weißt, dass ich nicht antworten darf. Ja, ich weiß. Ich hatte nur im Fernsehen... Sarah! Sarah! Hey, was ist los? Ich bin hier, Fischer. Was zum Teufel geht hier vor? Nicolazza hat den USA den Krieg erklärt. Was? Die Georgier haben unsere Kommunikations- und Energiesysteme angegriffen. Zurzeit wissen wir nichts über die Schwere der Schäden. Was ist mit unserer Abwehr? Was werden wir machen? Was haben wir denn? Nicolazza hat uns kalt erwischt. Alles, was uns bleibt, ist das Laptop, das du von der Plattform geholt hast. Meine Tochter ist... Ich weiß, ich weiß. Ich habe schon Männer losgeschickt. Überall herrscht völliges Chaos. Ich muss zu Sarah. Du weißt, was zu tun ist. Wir sind hilflos, bis wir Nicolazza haben. Begib dich zur CIA. Deine Mission ist für uns überlebenswichtig. Das Versagen führte in einem Armee-Hospital in Mississippi zu 17 Toten und 30 Verletzten. Generatoren und auch einige Energieleitungen wurden zerstört. Ein Militärzug kollidierte auf dem Weg nach Norfolk, Virginia, heute mit einem anderen Zug, nachdem ein automatisches Gleissystem ausgefallen war. Über den Inhalt der Waggons wurde noch nichts bekannt. Die Armee hat allerdings mittlerweile ein Sperrgebiet von 30 Kilometern um sie errichtet. Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, gibt es Berichten zufolge über 40 Tote. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung liegen anscheinend darunter. Die Zeitungen sprechen von Cyberterrorismus und einem Informationskrieg. Man kann es ja nennen, wie man will, aber wir alle sind hier nicht eher sicher, bis wir mobilisiert haben. Rettungskräfte, deren Informationssysteme völlig inaktiv waren, konnten über eine Stunde nicht auf den Absturz reagieren. Aus Verletzten wurden Tote als... ...ein Nicolazze, der sich noch immer versteckt hält. Obwohl die erste Welle des Cyberterrorismus auf das Militär beschränkt war, warnen die Dienste vor einer erneuten Ausweitung der Terrorangriffe. Wir haben dem Terror mehr als einmal getrotzt. Ich verspreche, dass wir wieder siegreich sein werden. Die Welt ist zu klein, als dass sich solche Verbrecher auf Dauer verstecken können. Die USA und ihre Verbündeten werden für einen wahren Frieden sorgen. Dauerhaft, zügig und sicher. Und damit willkommen beim neuen Level. Sia Hauptquartier, Langley, Virginia, USA. 31. Oktober. Hey, in Halloween, cool. Um 22.19 Uhr kann sein, dass wir ein paar Kinder mit Verkleidung sehen werden. Hehehe. Spüren sie den Maulwurf bei der Sia auf. Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ö-Plattform entfesselte der georgische Präsident eine Welle von verheerenden Gegenschlägen auf die Hochtechnologie der USA. Die einzige Spur, die zur Nicolazze führen könnte, ist der Maulwurf, der Mann in deren Reihen der Sia vermutet. Und es geht los. Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Wir spüren ihren nicht die eigenen Leute aus. Doch, das tut's ja. Die Amis machen doch allen möglichen Scheiß. Genau, wir sind für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf dem Opset mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Verbrecher. Äh, was? Nein! Was ruht denn hier der Countdown? Ich will keine Countdowns. Ich bin doch einer, der es sich gerne Zeit lässt. Na, das fängt mich schon mal gut an. Safe. Echt geil. Hier ist niemand. Aber coole Musik. Bewege, bewege. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Ja, ja. Schneller, schneller. Uns läuft die Zeit da vorn. Wo geht's denn hier? Ah, da hinten. Nachts ich mal an. Äh. Ähm, ja. Ich hab keinen Pfeil, wo ich hier hin muss. Oh mein Gott, wie peinlich. Wahrscheinlich bin ich hier total falsch. Ich renne hier jetzt einfach weiter. Hm. Ja, hier ist ein Rohr. Noch 30 Sekunden. Und jetzt? Wo bringen sie das Räumchen hin? Hier? Ah, ein Lüftungsschacht. Very good. 18 Sekunden. 16, 15. Schneller, schneller. Puh, safe. Okay, jetzt sind wir im SIA-Hopportier. Die Frage ist, was müssen wir hier machen? Ganz einfach. Wir müssen einen Mauerwurf finden. Ja, einen Mauerwurf. Den erkennt man daran, dass er überall Mauerwurzzyk hinterlassen hat. Hm. Ich frage mich, wie ich den jetzt ausschalten soll. Jetzt. Nein, nein, nein. Äh. Jetzt, 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 jetzt. Schnapp ihn dir, Sam. Hallo? Hi, Sam. Los, aus dem Wind. Nein. Gott, Diamond. Laden. Ähm. Laden. Äh, so'n Scheiß. Ich muss die ja eigentlich nicht alle ausschalten. Ich kann mich auch einfach vorbeischleichen. Stealth-mäßig. Richtige Agenten. Ähm. Lernen es, sich vorbeizuschleichen. Dam-da-dam-da-dam. So, ich probier's mal. Hihihi. Hab dich. Scheiße, und jetzt? Wohin mit seinem Körper? Ich schalte ihn erstmal aus. So, ähm. Ich bin hier mit Officer Wind. Jetzt ziehe ich mal seinen Körper und muss ihn verstecken irgendwo. Und dass dieser andere Kollege von ihm uns sieht. Hier in der Ecke wär's ganz gut, da hinten. Ist zwar ein langer Weg, aber er ist sicher. Ich bin hier mit Officer Wind. Er hat sich nicht mehr verstanden. Und da besteht die Chance hoch, dass er seinen Kollegen bewusstlos findet. Ich übernehme einen Kopf reden. So, du legst dich mal hier hin, ne? Nein! Ja, egal. Komm, scheiß drauf. Das passt schon irgendwie. Safe! So, hier sollten wir nicht durch, weil es so ein Alarmgerät ist oder sowas. Oh nein! Nein! Dreh dich halt nicht um, Mensch! Hilfe! Wo gehst du hin? Nein! Nicht zu mir! Ja, genau. Schau in diesen Scannerraum. Da ist es immer am besten. Nein! Hilfe! Was machst du? Safe! Was ist das? Deine Mu... Nein! Deine Mutter! Ja! Das ist der klassische Fang-mich-doch-Trick! Hm... Ich glaube, ich glaube mal her... Alter, was machst du? Jetzt will ich mich nicht so töten. Nein, warte, ich darf den ja nicht töten. Verdammte Amis! Hm, ich könnte ihn ablenken. Vielleicht irgendwie mit einem Pistolen-Schuss. Wir haben hier einen Eindringling! Ach, halt doch die Interesse! Arschloch! Laden! Da hinten war etwas! Da war nichts! Nein, 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 ich killte ihn mit! Scheiß, ich hab da keine Waffe! Ich hab keine Waffe! Was soll denn der Scheiß? Junge! Ich stelle mir hier ein Hauptquartier ohne eine Waffe! Das geht doch nicht! Was ist denn das da? Ach so, Tür ist mir! Na gut! Ja genau, genau! Genau, geh raus, geh raus! Genau, so ist es so gut! Find aber bloß nicht den Kollegen, ja? Sonst gibt's Ärger! Dann heuer ich Puff Daddy an! Ne, Quatsch, äh, Big Daddy! Schnapp ich dir! Du meinst, wenn sie aufwacht! Danke, dass du gekommen bist! Ich weiß, das Letzte, was du jetzt tun möchtest, ist dann ein Hoffnung! Okay, von dem kannst du später noch! Hm, kann ich nicht deine Waffe haben? Ich meine, unbewaffnet ist, äh, äh, ich meine bewaffnet ist besser als unbewaffnet! Ah, das Symbol kenne ich doch! Ich sag nur, ein Mega-Upload! Was ist denn da etwas? Safe! Wo kommen die denn her? Ich hab die ja überhaupt nicht gesehen! Hallo? Ich kann nicht einmal schießen, um die Leute irgendwie abzulenken, also... Ein Dringling! Ja! Hm, du gehst mal! Dreh dich los nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um! Aus! Böse! 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 Nein! Nein! Geh! Bleib stehen! Bleib stehen! Okay. So ist es gut. Safe! Willkommen in der Dunkelheit, Motherfucker! Und jetzt... wirst du... den Boden schnüffeln! Und zwar ungefähr so... Eheh... Safe! Schalter benutzen! Ist das ein Aufzug? Ah, ist das ein Aufzug! Okay, ich glaube, wir müssen nach unten... Oder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Ich habe neulich ein Video gesehen, so ein Played-Out. Deswegen habe ich das noch ein bisschen in Erinnerung. Okay, Safe! Oh mein Gott! Oh! Das war's schon! Okay, weiter! Im Text! Unser Mann dort sagt, dass deine F2000 an ihrem Platz ist. Du kannst sie dir im Lagerraum hinter dem Notsturmaggregat abholen. Gut! Du gibst dir in Erinnerung. Du gibst dir in Erinnerung. Lass ihn aber im Monster! Ein Toter innerhalb der Agentur und deine Mission ist beendet! Recht fühle ich dich! Heid, warte! Warte! Lass schon bleiben! Hei! Hei! Eigentlich wollte ich dich befragen! Aber egal! So, flack dich mal hier hin! Warum sage ich eigentlich das? Ich meine, du hörst da eh nichts mehr! So, habe ich dann irgendwas? Flexible Optik habe ich doch irgendwie... Was? Das hier, ne? Ja, genau! Das habe ich jetzt völlig vergessen! Okay, hier ist keiner! Das heißt... Scheiße, wie beendet ich das jetzt? Ah, so, okay! Leiste durch Tür spielen! Oder durch Tür spielen, wie auch immer! Haha! Ein Computer! Eine Notiz! Schauen wir uns einfach mal an! Wir haben ja Zeit! Der Code für den Serverraum lautet 2019! Hm, was ist denn denn 2019? Egal! Sie verfügen jetzt über ein Wärmebildgerät! Eine Unterbrechung der Ventilatoren des Einlüftungssystems bietet Gelegenheit für ein unauffälliges Eindringen! Okay! Wo ist denn das Wärme... Ah, hier ist es! Gut! Das ist ganz gut, um... ...gegen zu erkennen! Okay, ja! Und in ein paar Dauerte Mauer umfallen! Ah, um ihn zu entschärfen! Okay, 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 okay! Oh mein Gott! Ach du Arschloch! Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Was soll... Was soll das? Oh! Renn doch nicht von mir weg! Guten Tag! Hey Sü! Hey Sü! Ich hab ne Geisel! Schieß auf mich und ich... ...töte ihn! Ja, egal! Schieß auf mich und ich töte ihn! Na! Schieß doch! Ach! Ach! Okay, alles nochmal von vorn! Echt geil! Ah, okay! Alles null! Ab hier! Egal! Dieser Mann dort sagt, dass deine F2000 an ihrem Platz ist! Du kannst sie dir im Lagerraum hinter dem Notschirm halten! F2000? Das ist eine SC20K? Was redet denn denn da? Ich glaube, ich habe was gesehen! Nein, du hast nichts gesehen! Sie dürfen hier gar nicht sein! Was? Mit wem redest du? Doch nicht mit mir, oder? Gibt jetzt bloß kein Alarm! Ich warne dich! Ich heuere einen Auftragsmörder an! Ich hasse ihn! Okay! Ich heuere Yanko Kotimoto an! Der legt dann alles! Ja! Gut! Yay! Ich bin ne Waffe! Waffen? Nee, du kommst hier nicht durch! Gib bloß kein Alarm jetzt, oder? Das verstehe ich alles nicht! Hallo? Hm... Ab Carousel kann man Türen heftiger öffnen und so Gegner hinter der Tür ausschalten. Das wäre hier jetzt ganz gut gewesen. Okay! Na, ich bin der, der die Tür blockiert hat! Mein Freund! Mein Freund! So, mal schauen. Äh, hier ist ja immer noch dieser Computer. So, gehen wir mal schnell ins Internet. YouTube und Facebook, okay. Was? Was? Was ist da auch was? Ne? Schalter? Achso, Schalter. Nicht aus. Hätten wir eigentlich die in den Körper verstecken können, aber egal. Hm... Server Room Security oder Server... Oder Secution... Äh, Security Station 1. Äh, äh. Warum soll ich born? Egal. Hallo, Mega Uploads. Symbol, das immer kommt, wenn ich auf Mega Upload bin. Gut. Es ist nicht ideal. Wir sind jedenfalls abgesichert. Ach, das Licht war wieder... Nein! Wer war das denn? Ich bin der Lichter aus Knipser. Ich knipse jedes Licht aus. Und auch deins. Ja, geh ruhig zum Licht. Geh zum Licht. Geh zum Licht. Geh zum Licht. Guter Junge. Guter Junge. Und... Ab durch. Perfekt. Ähm, brauche ich bloß nicht, dass irgendeiner den das Licht wieder anschalten, weil sonst... Findet er den sofort. Okay, Tasche. Was hat denn der? Hä? Ach, noch ein Einweg, Dietrich. Okay. Hm, hier sind ein paar PCs. So, schauen wir mal die PCs vom FBI da an. Aha, aha. Mega Upload gesperrt, okay. Und hier? Das gleiche. Und es fängt zum Lecken an. Was ist denn das für ein Betriebssystem? Minuswitsp. Naja. Wie spät ist das? Ach, wie schön es ist. Fünf nach zehn. Abends. Ach, verdammt. Einweg, Dietrich. Oder beziehungsweise Dietrich. So. Ah, nur zwei Dinge. Okay. Und? Ah, Medikids. Ein Taser. Einmal Fire, einmal Taser. Mit Kids, das wird man gleich nehmen. Prost. Hm. Hier ist ja nichts mehr zu sein. Oder? Ne, nur ein Computer. Okay. Okay, dann gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir ja einen Taser, jetzt können wir ein paar Leute schocken. Verlangen, wir brauchen glaube ich eine Waffe dafür, damit wir den Taser verwenden können. Egal. Oh mein Gott, das sind gleich zwei Tipps. Ich hätte jetzt keine Dose, um die abzulenken. Das wäre sicherlich lustig. Safe. Und jetzt fängt es zum Lenken an. Alles läuft in Zeit. Detain? Eindringling. Ich hier einfach vorbei. alter ja du bist auch 10 14 hätte schwören können die vier augen sind bestimmt federmäuse ja gut es ist schon ein bisschen hell muss ich schon sagen ja komm ruhig her komm ruhig her du arschloch komm her komm her ich tritt dir den arsch arschloch safe quatsch nicht safe sondern macht sich aus und ja das hast du nun davon auf die fresse gut das ist nur noch sein kollege dann zuerst einmal schleichen ich glaube ich habe was gesehen und ihm vorbei er hat keine waffe das heißt ich könnte eigentlich auf ihn zu stürmen ich mach aus sie dürfen hier gar nicht sein alter arschloch ich hasse dich unser mann dort sagt dass deine f2000 an ihrem platz ist du kannst sie dir im lager äh ich hab doch gesendet oder ich hab doch gesendet was sein der scheiße ist beendet leck mich das spiel bescheißt mich voll egal warum die scheiße ist auf alles auf die tasers und das ganze zeug ich schleiche mir jetzt vorbei ist darauf ob euer aktion extremus nein ich glaube ich habe was sie dürfen hier gar nicht sein ach leck mich das läuft ich glaube es einfach nicht vorbei dann da 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 ja 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 leck mich du zu nein nicht nehmen sondern tue zu arschlöcher ich hasse euch scheiß amerikanischen wichser äh äh ja vorhin haben wir doch was falsches geladen oder eigentlich keine ahnung safe hm ich schleiche mich an ihnen vorbei ich bin wie eine katze man hört mich erst wenn man mich gesehen hat oder der typ sich die dreck nehmen einen alarm dings scheiß bloß nicht sonst kriegst du aufs maul so ungefähr so den schalte ich besser auch noch aus je mehr wir ausschalten desto größtes ein eindringling nein 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 arschloch sicherheitsdienst wir haben einen eindringling deine mutter ist ein eindringling und zwar in meinen mal 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 ja ja komm hier ist niemand bis auf mein Hass gegen dich ist hier niemand das ist ich glaube ich habe was gehört ich glaube ich habe was gehört 7687 okay ich glaube ich schalte hier das licht aus weil sonst sieht man sein oh ich glaube wir verschiebe hier noch ein bisschen und zwar hier hin dann machst du dir hier schön gemütlich und da ist ein code schloss sehe ich hier ist der codenommel 7687 6787 6787 oder richtig war es richtig das war falsch toll 7687 okay ich sollte die menschen ziffern merken und nicht die zahl die zahl die zahl die zahl die wir werden sie schon ich hasse euch alle ihr wisst halt auf mich ja alle der ganze verein vom FBI ich hasse euch so jetzt da und hab dich schrei los nicht sonst kriegst du aufs maul oh mein gott ähm ich glaube den schaffe ich auch noch ein bisschen auszuschalten ich sehe einen Medikids hab dich und was kannst du mir über deinen Kollegen sagen also ich mag ihn nicht er hat mich vorhin ertappt und dann hat er dich gerufen deswegen mag ich ihn nicht und tschüss und es leckt und es leckt hm wir hätten eigentlich von Anfang an das Licht ausschalten können und dann hätten wir sie durcheinander laufen können und leichter noch leichter ausschalten können ach egal und hier ist ein Medikids und hier ist ein Computer vom FBI sieht aus ich mag kein Licht ich liebe ich lebe lieber in der Dunkelheit denn die Dunkelheit ist das Schönste ein bisschen jetzt weiter wo geht's ja weiter hallo ein Weg Dietrich mitnehmen Warum liegt das eigentlich hier einfach rum das geht so nicht hier geht es weiter oder ja ne da kommt man ja her hm ich glaub ich kaufe mir ein bisschen was auch ein Agent ist ein Mensch und muss was trinken Ginkola Ja, das hat man schon in Georgien Die haben dieselben Automaten wie die in Georgien Sehr komisch Was? Muss man da den Zahlen eindrücken? Oder was? Moment 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 Ja, tolle Automaten Made in Georgien Okay Ich glaube wir müssen hier lang Oh mein Gott, der Kapp hat sich abgewegt Ich habe es genau gesehen Hier ist dieser Computer Und hier ist Ähm Hier ist gar nichts, bis auf dieser Schalter hier. Hm, safe. Okay. Hm, die haben ja auch schon ausgeschaltet, genau. Das heißt, wir können hier jetzt frei rumlaufen. Aber wo geht's hier weiter? Das würde ich jetzt gern wissen. Wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Da 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 da. Ich kann's benutzen. Hm, 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 hm. Wo geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Da 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 da. Vielleicht irgendwo ein versteckter Lüftungsschacht oder sowas. Könnte sein. So, Licht bleibt immer aus. Denn der Sam ist allergisch gegen Licht. Ich glaube, hier muss es weiter gehen. Ah ja, genau, hier geht's weiter. Safe. Und jetzt, wo sind wir denn jetzt? Ah, hier. Ah, hier geht's weiter. Okay. Dann brauchen wir hier nochmal so einen Code. 1 1 0 5 8 9, äh, 9 8. 1 1 0 5 9 8. 1 1 0 5 9 8. 1 1 0 5 9 8. 1 1 0 1 1 0 5 9 8. So kann man sich mehrere Zahlen gleichzeitig merken. Sie mehrmals wiederholen. Oh nein! Wo sind wir denn jetzt? Das müsste Serverraum, glaube ich, sein. Oh Gott, ich, weiter mal schnell. Und zwar Level, Level 5 ist das. Ne, nicht Level 7, sondern Level 5. 0 J 8 6 7 5 3 0 7. 0 J 8 6 7 5 3 0 8. 0 J 8 6 7 6 3. Moment. Ah, Mann. Nein! Okay. Ah, okay. So kommt es auch mal. 0 J 8 6 7 5 3 0 5. Okay. 0 J 8 6 7 5 3 0 8. Ja, was sind das für Zahlen, was ihr da sagt? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Passwort. Ich glaube, sie dürfen hier gar nicht sein. Denk nicht mal dran. Ich bin allergisch gegen Alarm. Boah. Es dauert sehr lange, Leute. Deswegen muss ich diesen Part wahrscheinlich wieder halbieren, beziehungsweise in drei bis vier Parts sogar aufteilen, wenn er wirklich lange ist. Hä, wo sind wir denn jetzt? Was sind denn das für Dinge? Eine Mikrowelle. Drei Mikrowellen. Und was sind diese Dinger da, diese braunen Dinger? Überall. Wahrscheinlich Pakete oder sowas. Ruf mal einen Sani. Ich glaube, den hat er weg. Ah, Schlöcher. Ja, schätze schon. Kennst du jemanden, der kann um Himmels weder? Ach. Hat der einfach ne Knarre. Ich dachte, der wär ein friedlicher Mensch, weil er mit seiner Frau telefoniert oder mit irgendeinem anderen. Hm, wieder ein paar Automaten. Unglaublich, was die hier alles in Auswahl haben. So, du legst dich hier schlafen. Und ich hoffe, dieser Körper wird nicht gefunden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich laufe hier durch ein CIA Hauptquartier rum. Lalalalala. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Okay. Grimstert hier wartet und wird das Leck verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Oh Gott. Ich glaub, den nehm ich mit. Wir zur Hölle sind Sie! Ne, so nicht. Was ist das? Nein! 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 Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Das Spiel macht mich wütend. Das Spiel macht mich sehr wütend. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimstert hier wartet und wird das Leck verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Ich schleicht doch wie ein Wilder. Und es leckt. Warum leckt es jetzt? Hallo? Spiel? Okay, jetzt. Hier bin ich wieder. Es leckt nicht mehr. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimstert hier wartet und wird das Leck verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. So, den schnapp ich mir jetzt. Tja. Was hast du nun davon? Jetzt werde ich sehr brutal mit dir umgehen. Mein Freund. Und zwar hau ich dir aufs Maul. Und zwar so. Auf die Nuss. Safe. Und, äh, Licht an. Oder beziehungsweise. Ja, Licht ist nicht. Das ist meine Nacht. Ich habe einen Bewusstlosen gefunden. Äh, wie? Du schlägst dir keinen Alarm, mein Freund. Oh, verdammt. Nein! Nein, du! Ich laufe jetzt amok. Ich schwöre es euch. Das reicht. Deinen nächsten Alarm. Den verstecke ich besser. Noch besser. Ich glaube, ich sehe was. Nein, du siehst nichts. Da ist nichts. Da ist nicht dein Kollege. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Nein! Lass mich! Nein! Huh! Nein! Geh doch nicht dorthin! Nein! Hör auf! Lass mich! Nein! Geh weg! Puh! Das war knapp. Boah! Leck mich im Arsch. Leck mich fett. Verdammt, das ist Security. Okay. Gehen wir jetzt in den Serverraum. Ich könnte schwören, dass ich was gesehen habe. Ach was. Du hast gar nichts gesehen. Das einzige, was du gleich sehen wirst, sind Sterne. Wenn ich dich umboxe. Der ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. So, ich save hier noch mehr. Verdammt, hier ist schon wieder so ein Codeschloss. Codeschloss. Versteht ihr? Codeschloss. Nein! Jetzt ist mir eine Flasche umgefallen. Gott, ich habe jetzt so viele Flaschen an meinem Schreibtisch wie ein Messi. Ähm. Okay. Äh. Blub, blub, blub. 2019 war alles nochmal. 2019. Keine Ahnung, was in diesem Jahr alles vorkommen wird. Jetzt haben wir gerade 2012. Das kann noch sechs Jahre dauern. Äh. Sieben Jahre. Oh ne. Das ist der schwierigste Punkt im Spiel, würde ich sagen. Da würden wir lange vorsitzen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Sie dürfen hier gar nicht sein. Äh. Aus diesem Grund. Aus diesem fucking Grund. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch so sehr. Ich würde am liebsten euch die Käpfe ausreißen. Und sie dann bei Idel erstellieren. Ach komm und ihr lecks. Ich hasse es ja. Leck mich am Arsch. Leck. So, äh. Hier ist. Wisst ihr was? Ich höre eine Kamera. Kann aber sein. Kann aber auch sein, dass ich es mir nur einbilde. Aber die müssten echt mehr Kameras installieren als nur die Verwachtposten. Hm. Hier ist gar keiner. Hier ist niemand. Toll. Ein total nutzloser Raum. Oder vielleicht nicht. Hm. Ich probiere es mal. Ich soll. Sie dürfen hier gar nicht sein. Einmal. Zweimal. So. Dings. Dings der. Okay. Und jetzt verstecke ich euch. Und zwar so, dass ihr nicht einmal in 100 Jahren gefunden werdet. So. Das ist der erste. Und jetzt kommt sein Kollege nochmal. Und jetzt kommt sein Kollege nochmal. Du kommst mit mein Lieber. So. Und dann ist safe. Leg dich mal nicht hier schlafen. Gut. So. Jetzt haben wir den Server auch ganz für uns alleine. Lambert. Kann losgehen. Gut. Grimm. Bin drin. Ja. Da. Das Leck ist ein PC der unteren Sicherheitsstufe. Registriert auf einen Mitchell Duggety. Großartig. Duggetys PC ist ein neues Missionsziel. Ich sende die Details auf das Offset. Ja. Mach das. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Ich schätze mal 40 Minuten. Ah. Das leckt. Ich glaube ich muss langsam auch mal Schluss machen. Aber ich möchte das Level hier jetzt gleich machen. Weil sonst verdrige ich wieder das ganze. Ach. Mach ich später. Mach ich später. Ich muss ja heute noch mein 50 Abo Special machen. Für morgen. Und Pokémon auch noch. Eigentlich sollte ich schon das Binderste gestern machen. Aber ich habe es verdrängt. Also ich habe keinen Bock gehabt es gestern zu machen. Ich zeige ich noch den Scheiß jetzt heute. Toll. Mach ich den 50 Abo Special wahrscheinlich morgen. Fuck. Fuck. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Du bist schwul. Und. Du bist schwul. Wow. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Halt die Schmerzen. Ich hasse euch. Ich hatte es jetzt. Ist es?' Dieser scheißb intentionen Wachposten. Der nervt. Oh Gott, irgendwie reg ich mich jetzt jetzt viel zu viel auf durch diesen Level. Und es leckt schon wieder. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Spiel. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Nein. 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 Du hast hier nichts zu suchen. Was nervst du mich überhaupt? Ich habe doch was gehört. Perfekt. Ich habe schon gedacht, er hat uns jetzt. Aber ich habe nicht gedacht, dass er den umboxen wird noch. Safe. So, das war wohl die nervigste Person in diesem Spiel bis jetzt. Dieser Wachposten. So, was ist das? Die Toilette. Ich muss mal kurz pinkeln. Okay, genug gepisst. Und, äh, Hände waschen. Oh mein Gott. Ich sehe kein Spiegelbild. Ich bin ein Vampir. Ah. Das ist die Darmtoilette. Hey, die Darmtoiletten haben ein Medikid. Unfair. Ich will auch an die Männer. Toiletten haben kein Medikid. Und es leckt. Leck mich am Arsch. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse bleiben die Patrouillen bis auf weiteres auf Sicherheitsstufe 3. Was ist das? Was ist das? Kriegst du eine Dose ins Gesicht und sagst, was ist das? Ist klar. Ganz schlau. In Doses Sicht. Was ist das? War wohl der Wind. Kamera! Nein! Was zum Teufel. Wo ist der Typ sie hin? Hm. Ich werfe einen Blick drauf. Ruf. Hä? Wo ist der hin? War vermutlich nichts. War wohl der Wind. Und genau. Safe? Ja, hat das Licht ausgemacht. Geh zurück auf deinen Posten. Genau. Wenn du das tust. Hau ich dir aufs Maul. Hoffentlich erkennt er uns jetzt nicht. Hey, mach das Licht sofort wieder an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich nehme mal deine Tasche, wenn es die nichts ausmacht, ne? Oh mein Gott! Da ist bestimmt noch sein Blut drauf, weil wir so hart in sein Gesicht geworfen haben. Wo ist denn hier die Kamera? Oh nein, da oben sind gleich zwei Stück. Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Wir müssen im Schatten bleiben. Das müssen wir jetzt machen. Und wir müssen jetzt den Winkel so sehen. Okay, jetzt ist die Kamera gegen... Weg, weg. Jetzt müsst gehen. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh nein, ich mache mal kurz... Oh nein, nein! Melde einen Einringling! Na gut, äh... Shit. Ich glaube, da mache ich hier jetzt mal einen Stopp. Und dann... ...mach mal dieses Level im nächsten Part fertig. Beziehungsweise gleich. Oder mal schauen, je nachdem, wie ich es rennen werde. Also bis gleich oder bis zum nächsten Part. Servus!